Die Wallyser spielen mit, was ebenso attraktiv wie Verhängnis ist, Dvamena erhöht nach einer Viertelstunde auf 2 zu 0. Die von den Kleinen erhoffte gute Startphase kehrt sich in ihr Gegenteil. Dvamena erhöht auf 3 zu 0, dabei sind erst 18 Minuten gespielt. Welcher FZZ-Stürmer schiesst die meisten Tore? Dvamena gleicht in der 32. Minute gegen Dvamena mit seinem 4 zu 0 aus. Dass die beiden aber keine wirklichen Konkurrenten sind, zeigt sich nur wenige Minuten später. Dvamena zu Ciavusevic, 5 zu 0. Die Sache bleibt einigermassen monoton. Nun ist wieder Dvamena dran, 6 zu 0, 36. Minute. Nichts Neues unter den Pappeln auch in der zweiten Halbzeit, ausser dass die Zürcher zunächst zweimal den Pfosten treffen, ehe hier das kuriose 7 zu 0 fällt. Es ist Ciavusevic's viertes Tor, ihm ist wahrlich auch bei klarem Spielstand kein Weg zu weit. Glücklich scheint sie trotzdem nicht zu machen. Noch 10 Minuten. Und das ist Ciavusevic's fünftes zum 8 zu 0 und endlich der Hauch eines Lächelns. Zwei Minuten später. Coné, 9 zu 0. Wieder zwei Minuten später. Wieder Coné, 10 zu 0. Der FC Zürich siegt mit 10 zu 0 Toren. Die Hälfte davon gehen aufs Konto von Ciavusevic.